Hallo! Was ist da? Einmal eine Bombe! Ja! Los dos! Grüß! Grüß! Ich weiß nicht, wo es hingeht, aber ich wurde gerade auf jeden Fall abgeholt. Ich drehe gerade dieses Video, als würde ich noch nicht im Auto gewesen sein. Da beißt ihr schon mal ein Licht und so. Aber ich wollte nur zum Flexen gerade mal kurz den C63 S zeigen. Herzlich willkommen auf ein neues Video auf meinem Kanal. Wir machen heute wieder ein Lost Place. Aber man hat Schacht und ich hab gar keinen Bock drauf. Die schauen den ganzen Tag Lost Place Videos an. Dessen Ärsche jucken. Die können es schreiben mir, ich soll ein Lost Place drehen. Und ich tue es nur wegen euch für 1500 Klicks. Freunde, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Checkt auf jeden Fall diesen Kanal ab. 5.000, 6.000 Abonnenten, aber wir fahren nur mit AMG und so. Ja, was soll ich sagen? Wir haben Kalt! Was ist? Was? Ich wünsche euch viel Spaß. Hi Enno! Wir wissen auf jeden Fall nicht gerade, wo wir hinfahren. Es schaut auf jeden Fall sehr unheimlich aus. Ja, was haben wir denn? Was ist hier? Was ist hier? Hier ist eigentlich gar nichts. Hier ist ein Licht. Auto. Da ist ein Auto. Oh, ich nehme irgendwas zur Sicherheit. Regenschirm? Ich nehme mal was zur Sicherheit. Regenschirm? Ich nehme mal was zur Sicherheit. Regenschirm? Ja. Ich nehme mal was zur Seite. Entschuldigung, bitte. Komm, los. Los. Schattung. Ja, bis zum. Ich nehme mal was. Ist das nicht? Ja, hol es. Ich nehme mal was. Ich nehme mal was. Was? Was ist das? Oh, was ist das? ich glaub da wohnt jemand da ist rotes licht da drüben mein gott das war lost lost place also ich würde sagen wir gehen einfach mal in die scheude da hinten ganz hinten rein was einzige was wir machen können doch hochklettern aber ob dieses dach da stabil ist ist nix die frage checken wir erstmal die hütte weil das ein paar geräte hier kommen wir nicht rein auf jeden fall wir sind da nicht reinkommen ins haus da war auch irgendwas rotes hat er geleuchtet deshalb haben wir jetzt auf jeden fall ein anderes geisterhaus und schauen mal was da so geht alter die kopfschmerzen der ist nicht mal in der lage der ist dicht ist immer die tür offen wir haben unsere location geändert wir waren vorhin in dem haus aber es war viel zu auffällig weil da waren gleich wohnblöcke daneben sind hier auf jeden fall gerade in einem geisterbahnhof sag ich jetzt mal hier sieht man schon die ein oder andere züge was ist das für ein zuck züge ok oh mein gott jetzt kann ich nicht mal hochheben ich hab mich heute komplett hier machen wir hier jetzt wir wollen noch verlassenen dinge anschauen das verlassen nein nein wir leben gerade hier ist es nicht in dem zug ist noch jemand ok bro was ist der plan jetzt lass wir reingehen bro es ist ganz einfach alles mit draht zugemacht ja da war es halt auch jungs schau mal auf die andere Seite ich glaube wir haben die andere Seite ja aber ich glaube nicht dass da was macht oh da sind eine Rache da sind die Rache da sind die Rache da sind die Rache da kommen Rache raus Bruder da sind die Rache da sind die Rache da sind die Rache die Rache da sind die Rache das ist die Rache das ist echt eine Bombe Bruder wow 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 film das mal ich komm nicht film das mal das ist ein Museum da kommen wir aber nicht rein ey wenn wir hier reinkommen oder weißt du wie ein Bombe das wäre da mal da ist einfach eine kamera läuf mal ein bisschen rüber zu mir genauso irgendwas ist da aber ich kann es nicht erkennen wir sind verbindlich hier ja wer ist euer video wäre ich nicht gekommen das glaube ich dir sogar auf sowas da ist auf jeden fall da kann man auf jeden fall normalerweise rein da kann man safe da ist aber die tür da am zug bruder hörst du das? hörst du das? das quietschen um die uhrzeit gibt es auch keinen zug man guck mal ob die tür auf ist immer licht ich weiß nicht hier ist kein strom ging das so weit das war unter dem boden hier gell ich habe aber schon eine kranke bombe gesehen es war einfach eine bombe gell acht stunden dieses videoschreiben für nix gar kein bock er steht einfach da bro wir haben 2 uhr morgens wir haben 2 uhr morgens bro er steht einfach da er steht einfach da was macht der moduck schau mal wie der läuft digga schau mal wie der läuft digga schau mal wie der läuft du mein Gott wir haben gerade 2 uhr 15 freitag 2 uhr 15 2 uhr 15 ich muss morgen arbeiten was geben wir uns moduck wenn ihr mehr solche sachen sehen wollt gebt auf jeden fall jetzt einen daumen nach oben ich will nicht mehr hören gebt einfach einen daumen nach oben 300 likes für sie 300 like ich will nicht mehr ich will nicht mehr so weit was ist das für ein mensch, lan? ich will nicht mehr ich will nicht mehr ich will einen soent ja brüber man sieht echt genau sooo schauzeit schauetz adamın deminki duruş wo ist der ich will nicht mehr ich will nicht mehr ein bock mich HIS an lebe ich will nicht mehr ich will nicht mehr gott man check mich auch Ich frag mich auch was da ist, komm. Das ist der, das ist der Original. Ah, da ist der ja. Der ist mal drin, mal draußen, da war der grad nicht. Wo ist der los? Ich bin ja morgens. Der hat fast morgens. Nein, jetzt mal for real. Der war drinnen. Der war echt drinnen. Der kam von dort irgendwo. Und der war drinnen. Komm, warte mal ab. Ist ja auch was da drunter, wa? Ja, übelts. Was macht der, Mann? Der ist überall, Digger. Was macht der, Mann? Der hat ein Handy. Die Polizei veranschaltet. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Wenn euch das Video gefallen, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Checkt meinen Kanal ab. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, gebt einen Daumen nach oben. Amrachachdachlarimund. Die Kamera waktiert mehr als Damsu, gerade im Video. Schönen wir es mal an? Drei Uhr, Digga, ich muss morgen arbeiten, ich bin hier. Das nächste Mal wird es auf jeden Fall in einem verlassenen Haus sein, versprochen. Und diesmal gehen wir auch rein. Bis zum nächsten Mal.